Das war denn das kleine Baby-UFO, aber jetzt... Wow, was ist das denn? Alter, Leute! Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... City! SMAK! Ja, Leute, wir spielen heute wieder eine Runde in den City Smash und werden nochmal den ganzen anderen Rest ausprobieren, den wir hier gefunden haben. Leute, wenn euch das Format gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß, fetter Kuss geht raus und wir sehen uns drin. Also, wir haben jetzt hier wieder natürlich ordentlich Möglichkeiten, die Stadt so ein bisschen zu vernichten. Einige Tipps gab es letztes Mal. Ey, hängt doch eine Zeitbombe am Auto ran. Lol, da ist eine Zeitbombe am Auto. Ja, moin, was geht denn da mit dem Auto ab? Okay. Ah, ja. Zündung! Yo! Okay, also, das hat das hier alles gar nicht so erschüttert. Alles klar, wir heften nochmal ein paar Zeitbomben ran hier. Das Auto fährt rein. Und Zündung! Na gut, die Stadt hat hier gut was abbekommen, aber sieht im Ganzen noch okay aus. So geht es natürlich nicht. Wir werden mit der Magnetkraft ein bisschen arbeiten. Rüber damit! Oh yeah! Alles klar, hier der Turm. Noch nicht ganz erschüttert. Wir nehmen mal von oben ein bisschen was weg. Schmeißen das hier so ein bisschen rüber. Na komm, und einmal rauf da aufs Gebäude. Alter, das hat jetzt aber ordentlich geknallt. Leute, das ist ja fast wie eine Clusterbomb. Haha! Okay, was ist das hier? Der Tintenfisch? Leute, den probieren wir natürlich nochmal aus. Aber bevor wir den Tintenfisch ausprobieren, will ich sehen, was der Bombenangriff ist. Oh, das ist ein Clusterschlag. Und der scheppert auch ganz schön rein. Die Stadt, im Großen und Ganzen, sieht echt noch okay aus. Und was haben wir hier noch so? Das hier ist ein schwarzes Loch wahrscheinlich? Nee! Was ist denn das hier? Was ist das? Oh! Okay! Und was passiert da jetzt? Erstmal nix. Ah, Leute, das sind die Portale. Okay. Oha! Da kann man natürlich jetzt einiges draus machen. Guckt euch das an, ne? Guckt euch das an. Alter Schwede! Wir saugen jetzt alles ein und es geht auf die andere Seite so schnell, wie die Stadt erschüttert. Leute, das war ja der Profi. Oh! Und hier nochmal ein bisschen. Alter! Guckt ihr das an! Yo! Ja, Leute, ich hab ne gute Idee. Jetzt! Ja, das ist er. Das ist er, Leute. Wir haben den unendlichen Speyer gemacht. Guckt es euch an. Das Teil läuft jetzt. Wird das immer schneller? Alter! Leute! Wir haben da ein Formloch erzeugt. Das Ding nimmt ja Lichtgeschwindigkeit an. Das wird immer schneller. What? Ein paar Teile fliegen hier schon raus. So nebenher sieht man hier. Ey, wie krass ist das denn? Das wird immer schneller. Seht ihr das? Oha! Ey, was haben wir da denn im Game hinbekommen? Ja gut. Ich würd sagen, die Stadt ist durch. Wir gucken uns mal ne andere Stadt an. Die Autos fahren hier. Es ist alles schön. Alles entspannt. Aber was ist das hier? Leute! Wow! Wir lasern hier so ein bisschen auf die Brücke rauf. Oben auf den Pfeiler. Wie viel hält der Pfeiler aus? Oh! Leute, das ist der Todeslaser! Mhhh! 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 Alter Schwede, ey! Das fetzt ja richtig rein. Okay, okay, okay. Okay. Das war jetzt ein bisschen zu schnell, fand ich. Also, nochmal die Brücke. Wir gucken uns ein Erdbeben an. Einmal Erdbeben, bitte! Oh, ja. Hier vibriert alles. Die Häuser fallen auf die Brücke. Aber sonst alles okay. Jetzt lassen wir es nochmal vibrieren. Die Brücke hält noch. Hier. Es bricht zusammen. Jetzt müsste das Ding auch einfallen. Ja, das fällt definitiv ein, Leute. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Joa, aber hier steht ja noch was, ne? Dann machen wir mal so einen Donnerblitz rauf. Hallo! Weg! Mach dich weg! Was mich natürlich interessiert, abgesehen von diesem Außerirdischen hier, was ist das? Da wächst ein Vulkan. Alter! Da wächst ein Vulkan, Leute! Und jetzt? Oha! Der speit Feuerbrücken aus, okay. Und die stürzen hier auf die Stadt! Auf die Brücke! Stell dir das mal vor! Nee, der... Oh! Die ganze Stadt ist ruiniert! Ach du heiliger Bim-Bam! Entschuldigung! Was mich interessiert, was könnte dieses schwarze Loch alles einsaugen? Hier öffnet sich eins. Leute, das Ding saugt ganz schön ein. Die Autos werden auch... Oh, das hat eine ziemlich große Reichweite. Wir machen mal ein paar mehr schwarze Löcher. Das Ding zieht alles zusammen. Und hier nochmal. Na los, Auto! Oh, er ist davon gekommen. Nee, er ist ins andere Loch reingefallen. Ey, können wir hier wirklich alles aufräumen? Das wäre natürlich ziemlich krass. Wir können doch nicht die ganze Stadt einsaugen. Also theoretisch würde ein schwarzes Loch sowas ja machen, ne? Aber es sieht eher nicht danach aus. Die Brocken bleiben stehen. Mann, was für ein schwarzes Loch. Bäh! Okay! Wir sind wieder in der YouTuber-Stadt, Leute. Die YouTuber-Stadt. Was geht ab, Leute? Wir feiern erstmal ein bisschen Silvester. Let's fetz! Wir hängen da oben. Ich habe gehört, äh... Inscope. Du bist hier oben in deinem Apartment. Oh! Inscope, Mensch. Ei! Sieht nicht mehr so gut aus. Okay, wir machen nochmal eine Silvester-Rakete. Und wir haben ein paar... Guck mal, wir haben ein paar Scheiben kaputt gemacht. Äh. Ah. Lassen wir mal die Windböe alles verrichten. Die Häuser... Guck mal, hier passiert nichts. Da schon. Okay, jetzt werden sie mitgezogen. So langsam werden sie erschüttert. Hier unten die Corner. Also, ich mache mich nicht drüber lustig, Leute. Aber wir müssen natürlich also alles austesten. Da ist das Flugzeug. Da kommen die Bomben. Und gönn dir. Babam, Junge. Oh, da steht noch einer. Nicht schlecht. Der bleibt stehen, denke ich. Der bleibt stehen. Zittert hier so ein bisschen. Zittert hier so ein bisschen. Aber, ja. Die Stadt hält gut was aus. Dann würde ich sagen, spülen wir nochmal einen Tsunami rüber. Wow. Haben wir das Feuer jetzt eigentlich gelöscht? Das würde mich interessieren, ne? Das wäre jetzt natürlich fürs Spiel wieder absolut wild. Wir lassen das Wasser mal ablaufen. Brennt es da noch? Nö. Das Wasser hat das Feuer hier gelöscht. Sehr realistisch. Aber, Leute. Wir haben natürlich noch den Außerirdischen am Start. Und ihr wollt ihn alle sehen. Ich auch. Lassen wir mal das Ufo auf diesen Turm kommen. Was würde passieren? Moin. Das war denn das kleine Baby-Ufo. Aber jetzt. Wow. Was ist das denn? Alter, Leute. Was haben wir da gerade herbeibeschworen? Oha. Das Geräusch. Godzilla ist auch noch hier. Ey. Ganz im Ernst, ne? Jetzt, wo ich hier den guten alten Godzilla-Bot hole. Leute. Ich hätte da eine Idee fürs nächste Video. Sollen wir mal alle Katastrophen auf einem Streich raushauen? Wenn ja, schreibt gerne in die Kommentare. Hashtag Zerstörung. Leute, wenn ihr das ordentlich reinpostet, dann mach ich's vielleicht. Ja, Leute. Das war's mit einer weiteren Folge von City Smash. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaltet mal ein Abo raus. Checkt definitiv die anderen Videos hier aus. Oder der Tornado kommt zu euch vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Fettnerkuss geht raus. Dano out.